Moin Leute, wir haben jetzt Mitte, Ende Februar und ich dachte ich versuche es einfach mal trotz Hochwasser und brauner Brühe. Deswegen zeige ich euch einmal kurz den Angelplatz. Hier ist wie üblich mein Zeug. Bisschen Futter fürs Futterkörbchen und die Routen natürlich. Aber bei dem kalten Wasser und bei der braunen Brühe erwarte ich auch nicht allzu viel. Ich lasse mich da positiv überraschen. Alles ist noch in der Fulda. Na dann, hoffen wir mal, dass heute was kommt. So Leute, auf Anraten vom Vorstand, der hier ansässig ist und hier wohnt, bin ich mal umgezogen. Vorhin war ich da hinten bei den weißen Autos und jetzt steht mein ganzer Geraffel eben an der nächsten Treppe. Und weil hier soll besser sein. Hoffen wir das Beste. Ich glaube ich muss noch ein bisschen näher rangehen. Auch im Winter kann man Fische fangen. Tja Leute, das war's für heute. Drei Kaulbarsche mit drei, fünf, sechs Routen. Aber wie gesagt, Ende Februar, da ist halt noch nicht so viel. Ich hoffe ich kann euch mal ein paar schönere Videos bimis zeigen. tjaім mit Herz Angeln angeln Untertitelung des ZDF, 2020